Als Rothheimer, der in der Nähe der Erich-Kästner-Schule wohnt, erlebe ich jeden Tag teilweise gefährliche Situationen auf dem Schulweg, Ortsausgang Richtung Pederweil. Der Kreisverkehr kann aufgrund seiner Bauweise ohne Abbremsen durchfahren werden und das bringt Schulkinder immer wieder unnötig in Gefahr. Als Kandidat für den Ortsbeirat werde ich unter anderem auf dieses Problem aufmerksam machen und unsere Verwaltung zum notwendigen Handeln auffordern. Geben Sie Ihre Stimme der Stimme Rosbach-Rothheim für einen sicheren Schulweg.